So, go! Das ist wie Airhockey, bloß geiler. Was cool ist, du kannst irgendwie sogar... Dreiecke? Sieht man sehr gut bei dir, Nico. Sieht man sehr gut, das ist irgendwie fast gar nicht verschoben. Ja genau, Dreiecke kannst du machen. Und wenn du es geschickt machst, kannst du ihn einfahren. Ich glaube, ich zeig das lieber mit dem Flo, weil bei dir geht ja irgendwie nix. Aber irgendwie spielt er noch immer noch total rum. Dann halt doch einfach vor deinem Tor, so wie der Flo. Der macht das richtig. Das ist ja möglich. Toll. Ja. 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 Ja.